Mein Name ist Julia Ziegelmeier. Ich bin die Sprecherin des Arbeitskreises Mahnmal. Ich bin seit langem beim Arbeitskreis Mahnmal und habe auch jetzt seit einigen Jahren die Sprecherfunktion. Wir vom Arbeitskreis Mahnmal betreuen das Gedenken am 27. Januar. Wir laden dazu Schulklassen ein, wir laden Überlebende ein und ganz besonders die Bevölkerung von Fürstenfeldbruck. Das Mahnmal, das hier in Fürstenfeldbruck steht, Ecke Dachauer Augsburger Straße, wurde geschaffen von Herrn Pilgrim. Es steht in 22 Orten, durch die der Todesmarsch im April 1945 gezogen ist. Von Kaufering über Fürstenfeldbruck nach Gauting und bis zum Schluss nach Bad Tölz, wo der Todesmarsch, wo die Überlebenden dieses Todesmarsches dann von den amerikanischen Soldaten befreit wurde. Es ist mittlerweile schwierig, mit Überlebenden zu sprechen, denn viele sind sehr, sehr alt und kommen kaum noch aus Israel oder sind mittlerweile verstorben. Deshalb ist es für uns wichtig, gegen das Vergessen auch andere Aktivitäten zu unterstützen, sei es P-Seminare der Schüler an den Gymnasien, sei es Ausstellungen über den Arbeitskreis und wie dieses Jahr 22, Juni, Juli, eine Ausstellung vom zeitgeschichtlichen Institut Bad A. Holzen über Stolen Memories. Das wird im Zusammenhang auch mit dem Nacht der Kulturen geschehen und dort werden wir auch den Audio-Walk von Mareike Freisold präsentieren, die die Fürstenfeldbruck 1933 bis 1945 in Fürstenfeldbruck verschiedene Gebäude oder Standorte dokumentiert hat. Ich bin Mareike Freisold und ich habe vor kurzem den Audio-Walk veröffentlicht und damit stehe ich hier bei uns drei vielleicht so für den multimedialsten Ansatz der Erinnerungsarbeit. Ich habe mich dafür entschieden, einen Audio-Walk zu machen, weil ich dieses Format super finde. Es sind Hörstücke, die man bei einem Spaziergang durch Fürstenfeldbruck sich anhören kann. 16 Stationen, viele in der Hauptstraße, in der Altstadt von Fürstenfeldbruck, aber auch eine Station zum Todesmarschmahnmal. So haben wir uns auch kennengelernt in meiner Recherche. Aber auch die Polizeischule hat eine Station bis zum Amtsgericht. Ich spreche auch über den Fliegerhorst bzw. die Luftkriegsschule 4, die dort in den 30er Jahren eingezogen ist und über das Ehrenmal der Luftwaffe. Und all diese Stationen kann man per App zum einen abrufen, sich auch mit ein paar Fotos oder Tabellen zum Beispiel zu den Wahlergebnissen der NSDAP, kann man sich da noch ein bisschen vertiefen. Und so dann auch recht spontan mal eine Station anhören oder ganz am Stück machen oder auch mal Pause machen. Das finde ich eigentlich sehr gewinnbringend beim Audio-Walk. Und er lässt sich alleine in der Gruppe mit Schulklassen in sehr vielen Situationen und natürlich auch Corona-konform benutzen. Mein Name ist Elisabeth Lang. Ich bin Historikerin und ich arbeite gern mit dem biografischen Ansatz. Ich habe ja auch schon verschiedene Kalender gemacht über Frauen hier im Landkreis, weil ich immer denke, wenn man einzelne Personen raushebt, dann bekommt man da einen schönen Zugang auch zur Zeit. Und ich arbeite auch am Jeckshof im Museum mit. Da haben wir gerade eine Ausstellung über jüdisches Leben hier in der Region. Das trifft sich dann wieder mit deinem Thema, mit deinem Audio-Walk. Was sich noch trifft, ist, dass wir, ja, da haben wir diesen biografischen Ansatz auch gewählt, einfach weil es das jüdische Leben war hier im Landkreis Fürstenfeldbruck zu wenig institutionalisiert. Es gab keine jüdische Gemeinde. Von daher hat sich der biografische Ansatz, also über die Personen jüdisches Leben zu erschließen, nahezu angeboten. Und ich finde, damit kann man auch viel persönlicher arbeiten und das den Menschen näher bringen, als wenn man zu selber Kultur oder Sachgeschichte geht. Wir versuchen gerade am Jeckshof auch so ein neues digitales Format, jetzt unabhängig von der Ausstellung, für Kinder so einen Museumsrundgang. Das kann man sich so ähnlich wie so eine virtuelle Schnitzeljagd vorstellen. Man kann einzelne Orte besuchen, erfährt da was zu den Gegenständen, zur Lebenssituation. Und von daher, ich denke mal auch, das ist jetzt mal ein Versuch, eben die Jugendlichen da abzuholen, wo sie jetzt stehen, um sie von da aus ein Stück weiter zu führen. Meine App DigiWalk funktioniert eigentlich auch so über Stationen. Ja, und ich versuche damit auch Jugendliche vor allem anzusprechen. Aber auch, was du gerade gesagt hast, einen biografischen Ansatz, finde ich wahnsinnig wichtig. Mir war es auch sehr wichtig, den Verfolgten durch meine Hörstücke auch noch mal eine Stimme zu geben. Diejenigen, die ja schon sehr deutlich aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen wurden. Ich habe da versucht, wirklich mit direkten Zitaten auch zu arbeiten und die so gut es geht zu Wort kommen zu lassen. Und dabei aber auch eine Vielfalt an verfolgten Geschichten oder Biografien dann eben auch. Ich wollte die Leute dann auch nicht nur auf die Verfolgung reduzieren. Es geht da ja auch ganz viel um Handlungsspielräume auch und auch Entscheidungen, die trotz einer Verfolgung getroffen wurden. Also diese Menschlichkeit dann noch herauszuarbeiten, war mir sehr wichtig. Und auch da gibt es wahnsinnig komplexe Geschichten. Ich finde, das kommt auch in der Ausstellung im Jeckshof auch sehr gut rüber, dass es auch da nicht nur schwarz-weiß ist, sondern Leute einander geholfen haben, obwohl sie vielleicht irgendwie im NS-Staatsapparat trotzdem sehr beschäftigt waren, andere verfolgt wurden und trotzdem der Ideologie anhingen. Das fand ich auch wahnsinnig spannend an der Ausstellung zu sehen nochmal. Ja, ich denke halt, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Und das waren weder die Nationalsozialisten noch auch... Also es ist ja auch ein breites Spektrum innerhalb des jüdischen Lebens, das wir abbilden. Also wir haben da eine Frau aus Maisach, wo wir schon sehr am überlegen waren, inwiefern sie tatsächlich Opfer war. Sie hat sich getarnt, die hatte so ein Café in Maisach und bei ihr gingen die Nazi-Größen ein und aus. Und sie hat dann nachher gesagt, das wäre alles Tarnung gewesen. Aber muss Tarnung so weit gehen, dass ich meinem Hund andresiere, wenn jemand sagt Heil Hitler, dass der Hund dann seine rechte Pfote hebt? Also da kann man schon sehr ins Grübeln kommen. Also ich denke, jede Bevölkerungsschicht, jede Gruppe hat ein breites Spektrum. Und es gibt nie dieses schwarz-weiß nur. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man von keinem da jetzt irgendwas beschönigt oder ausblendet. So ist halt das Leben. Ja, dazu muss man auch sagen, dass die jüdischen Mitbürger damals in Deutschland ja auch zum Teil sich absolut deutsch gefühlt haben und eigentlich gar nicht mehr so sehr auf ihre Religion definiert wurden. Und sie waren Soldaten im Ersten Weltkrieg, sie waren integriert, sie waren zum Teil getauft, evangelisch, katholisch getauft. Und man muss schon dazu sagen, sie haben immer geglaubt, das schützt sie. Aber diese rigiden Nürnberger Rassengesetze haben natürlich bis ins Kleinste, bis Halbjude, Vierteljude, alle in Anführungszeichen enttarnt. Und deshalb konnten viele auch nicht mehr flüchten, weil sie so lange daran geglaubt haben, Deutscher zu sein. Und ihnen passiert nichts. Bis sie dann einfach diesen Gesetzen anheimgefallen sind und es wurde ihnen alles genommen. Als erstes die Freiheit, wohin zu gehen, als nächstes die Wohnung, also ihr Vermögen. Und somit sind sie dann letzten Endes in Deutschland geblieben und dann eben in die Vernichtungslager gekommen. Obwohl sie ja gemeint haben, sie sind Deutsche und das schützt sie. Ja, die waren ja teilweise so, weil du das sagst, mit der Taufe, das fand ich auch spannend, bei den Recherchen war es teilweise wirklich schwierig rauszubekommen, wo sind das jetzt jüdische Herkünfte, weil sie eben getauft waren. Da muss noch eine Generation zurückgehen, dann bis plötzlich in Petersburg und irgendwo in San Francisco und müsste es da weiter forschen, um zu gucken, wie schaut es da in den Taufregistern aus. Und ich habe mit der Liste, die der Landrat eingefordert hat, hier die jüdischen Biografien versucht aufzudecken für die Ausstellung. Und da war einer dabei, Max Zetmeier, der hat eigentlich erst durch diese Rassegesetze, wo dann mit dem Wehraufrufen überprüft wurde, wie ist die Herkunft von jemandem. Er hat erst dadurch überhaupt erfahren, dass er einen jüdischstämmigen Vater hat. Der war katholisch getauft und das war sein Leben. Und diese Assimilation, das denke ich, wäre ganz anders weiter verlaufen, wenn nicht die Nationalsozialisten das wieder so rausgekehrt hätten. Ja, und mit diesem biologistischen Ansatz ja viele Menschen dann auch erst wieder zu Juden gemacht haben, die vielleicht auch nach dem Judentum gar nicht als jüdisch galten, aber in dieser biologistischen Rassenauffassung dann als Juden klassifiziert wurden und registriert wurden, in den ganzen Bürokratieapparat hineingekommen sind und daraus auch nicht mehr rausgelassen wurden. Aufgrund dieser Klassifizierungen oder aufgrund der Arier-Nachweise, die es ja für die ganze Bevölkerung in Deutschland gegeben hat, wo du also nachweisen musstest, über Vater, Großvater und vielleicht noch viel weiter in die Vergangenheit gegangen ist, da hat man dann auch eben festgestellt, wer dann letzten Endes Judi war. Und diese ganzen Vertreibungen haben natürlich auch für das deutsche Volk einiges gebracht. Ich möchte nur ein Buch von Dirk Walter, als junger Journalist hat er damals ein Buch veröffentlicht, wo diese ganzen Wohnungseinrichtungen, wo diese ganzen Wertgegenstände und so weiter geblieben sind. Die Wohnungen wurden leer geräumt von den offiziellen Behörden, sei es Finanzamt gewesen oder andere offizielle Stellen und wurden dann meistbietend an Arier versteigert. Also sind diese ganzen Gegenstände, Wertgegenstände, Möbel etc. Ich spreche jetzt gar nicht von Fabriken oder Bankguthaben oder Lebensversicherungen, sondern wirklich diese Grundversorgung oder Grundgegenstände, die die Juden in ihren Wohnungen hatten, sind dann alle im Prinzip an die Arier verkauft worden. Und das war auch eine einwarme Quelle für den deutschen Staat damals, für den NS-Staat. Und diese Diskussion geht ja jetzt weiter mit diesen Bildern, Wertgegenständen und so weiter, die jetzt nach und nach an den ehemaligen Besitzer nachfahren, derer zurückgegeben werden müssen. Ob das jetzt aus Museen, aus Privatsammlungen und so weiter ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, das fand ich auch eine sehr interessante Frage, als ich mich jetzt mit dem Nationalsozialismus in Bruck beschäftigt habe. Wer hat denn davon profitiert? Oder wie sehr hat die Stadt auch profitiert von dieser Polizeioffiziersschule zum Beispiel, aber auch von der Luftkriegsschule 4, die in den 30er Jahren im Fliegerhorst gebaut wurde, da eingezogen ist? Die Stadt ist wahnsinnig gewachsen in den zwölf Jahren der NS-Diktatur. Von 6.000 Menschen, die 33 hier gewohnt haben, zu 10.845. Und das hat mich schon sehr interessiert, wie konnte diese Stadt so wachsen? Wer hat sich bereichert? Und wie viel Opportunismus gab es da auch? Es kann jetzt von keinem organisierten Widerstand in Fürstenfeldbruck gesprochen werden. Es gibt einen Fall von, die Geschichte von Berthold Lehmann kommt auch einmal vor im Audio-Work bei mir, die mich auch sehr berührt hat. Berthold Lehmann wurde als Jude klassifiziert, dann in der Pogromnacht, die auch in Fürstenfeldbruck, nicht mit so einem öffentlichen Pogrom, aber trotzdem von SA-Schergen durchgeführt wurde, in seinem Haus in der Dachauer Straße aufgegriffen, ins Amtsgerichtsgefängnis gesteckt. Seine Frau Lilly Lehmann musste dann dem Kreisleiter Emma versichern, dass Lehmann aus der Stadt ziehen würde und kurz darauf titelte auch, dass die Brucker Zeitungen, dass Fürstenfeldbruck judenfrei sei, was aber auch gar nicht gestimmt hat. Das hast du auch ganz gut ausgearbeitet in der Ausstellung. Trotzdem wurde es auch öffentlich gemacht. In den Zeitungen wurde darüber gesprochen. Die Leute wussten Bescheid. Lehmann musste nach München ziehen, also Zwangsarbeit leisten und nach Milbatshofen in einem Judenlager, hat aber trotzdem Kontakt immer mit seiner Frau Lilly gesucht, ist verbotenerweise mit dem Zug nach Bruck gefahren, hat den Judenstern nicht getragen und bei einer solchen Gelegenheit wurde er dann auch von Emma wieder polizeilich aufgegriffen oder Emma hat sehr darauf insistiert, dass ein Strafbefehl ausgestellt wird. Ich mache es kurz. Auf jeden Fall musste Lehmann untertauchen, weil das KZ sonst auf ihn gewartet hätte. Und er wurde noch zweieinhalb Jahre in den letzten Kriegsjahren versteckt von der Familie Lambert in der Goethe-Straße 4. Und diese Geschichte hat mich wirklich sehr beeindruckt und ich wollte dir auf jeden Fall erzählen, weil sowas dann doch auch möglich war. Leute hatten einen Handlungsspielraum und konnten sich auch dagegen entscheiden. Ja, ja, es gab nicht nur das Denunziantentum, es gab auch mutige Menschen, die ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre jüdischen Freunde oder ihre Freunde, die in der Gewerkschaft waren oder in der SPD waren, versteckt haben und praktisch das auf sich genommen haben, dass sie praktisch von diesen Blockwarten denunziert werden und dann selber in das Arbeitslager nach Dachau oder so kamen. Deshalb auch der Begriff, der allen bekannt war, pass mal auf, dann kommst du nach Dachau. Das haben viele dann auf sich genommen und trotz allem diese Menschen versteckt. Ich muss da jetzt gerade dran denken, du greifst das schön auf in deinem Walk mit dem Böck, mit diesem Lehrer von der Knabenschule, der ja ein ganz höriger Nazi war und auch damals mit der Hermine Geil, die da öffentlich sitzen musste vor der jetzigen Sparkasse am Hauptplatz. Es gibt ein schönes Gegenbeispiel, aber die ist so ein bisschen untergegangen bislang. Das ist die Amanda Wohlfahrt. Die hat nämlich dann die Schule geleitet und ich weiß von ihrer Tochter, die jetzt inzwischen auch verstorben ist, die Ada Adler, die hat erzählt, dass ihre Mutter die Tochter eines Halbjuden unter seinem Namen in der Schule geführt hat, obwohl sie das eigentlich gar nicht gedurft hätte vom Rassegedanken her. Und er hat sich nach der NS-Zeit auch nochmal ausdrücklich bei der Amanda Wohlfahrt dafür bedankt, dass sie das unterstützt hat, dass sie im Moralestand durchgetragen hat. Und die durften auch nicht heiraten während der NS-Zeit. Aber für die Menschen, die das durchhalten mussten, hat halt auch so eine moralische Unterstützung und einfach sich nicht allen beugen, hat ihnen schon weitergeholfen. Ja, auch nochmal zu dem Thema Denunziationen und Verleumdungen und so weiter und so fort. Es ist ja so, dass ich als Nachkriegskind ja in den 50er Jahren noch immer mitbekommen habe, Sonntagnachmittag Kuchentafel, Mütter mit Kindern an der Kuchentafel, Kaffee und Kuchen. Die Männer saßen abseits mit Bier und Brotzeit und es wurde über den Krieg gesprochen und wie schlecht es den Soldaten ging und was sie alles mitmachen mussten. Es war keine Reflexion da, was eigentlich andere Menschen oder 40 Millionen, die umgekommen sind, was mit denen geschehen ist, was die durchmachen mussten, wie die das überlebt haben. Man sprach nur davon, wie schlecht es uns ging. Wir hatten alles verloren, es war alles kaputt, wir mussten hungern. Und es ist ihnen trotzdem alles weggenommen gewesen und sie keine Heimat hatten. Davon würde leider in dieser Zeit, gerade in den 50er Jahren, wo dann sozusagen das Wirtschaftswunder wieder auflebte und es uns wieder gut ging, überhaupt nicht gesprochen. Das war mein Eindruck als Kind. So habe ich das praktisch erlebt. Und alle, wir alle sind durchgekommen und wir alle haben überlebt und es ist uns allen schlecht gegangen. Ich glaube, da ging es mir anders. So als dritte Generation nach dem Krieg bin ich schon mit sehr humanistischen Gedanken aufgewachsen. Ich habe in der Schule schon viel über den Nationalsozialismus auch gelernt und wir haben da auch sehr moralische Schlüsse daraus gezogen. Und ich glaube, in meiner Generation gibt es schon so ein moralisches Bewusstsein für dieses Unrecht, das passiert ist. Und ich glaube, es gibt auch wirklich ein Interesse daran, Geschichte zu begreifen und auch so diese Lokalgeschichte kennenzulernen. Gleichzeitig habe ich selber in der Schule auch gar nicht so viel über die NS-Zeit in Fürstenfeldkruck erfahren und fand das dann für mich auch sehr interessant. Also ich bin erst durch mein Studium überhaupt darauf gekommen, dass es so viele Gedenkinitiativen gibt. Dann hat mich das Todesmarschmann mal sehr interessiert und darüber bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, mich mit der NS-Zeit hier vor Ort auseinanderzusetzen. Und je mehr ich da auch mit anderen Leuten drüber gesprochen habe, habe ich auch gemerkt, da ist wirklich ein Interesse da. Und es gibt ja auch viel Forschung dazu, aber es ist nicht so zugänglich. Gerade passiert viel, habe ich das Gefühl. Wir alle haben gerade eine Ausstellung, dann viele Projekte. Du bist sowieso auch sehr aktiv, auch mit Schulen. Aber ich als Jugendliche hatte da irgendwie wenig Kontakt mit und wollte jetzt auch noch mal einen niedrigschwelligeren Angebot schaffen. Zu dem Thema kann ich ja sagen, als Nachkriegskind, dass in meiner Schulzeit diese Jahre 1933 bis 1945 größtenteils ausgeschlossen wurden. Wir haben also über die Römer, über das Mittelalter, über Habsburg, über die Wittelsbacher. Erster Weltkrieg, ja. Weimarer Republik, ja. Aber dann praktisch wurde dieses 1933 bis 1945 gleichfertig übersprungen. Es ging dann nur weiter, ja, Kriegsende, Amerikaner und so weiter und so fort. Aber was in den 1933, wie es dazu kam, dass alle dafür waren, dass die Gräuel stattfanden in den KZs, im Krieg und so weiter, das wurde größtenteils bei uns übergangen. Ich hatte eine sehr, sehr nette Geschichtslehrerin, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Die hat uns zum Beispiel das Leben von Pater Robert Mayer nahegebracht. Und da habe ich zum ersten Mal von Dachau gehört, dass der einfach in Dachau in diesem Priesterblock gelebt hat und überlebt hat. Aber ansonsten war diese Schulzeit für uns Drittes Reich und so weiter. Und wie gesagt, auch diese Erzählungen der Väter, die im Krieg waren, wie schlecht es ihnen ging, wurde im Prinzip ausgeklammert. Aber es wurde nicht nur von, in Anführungszeichen, Täterseite ausgeklammert. Ich muss jetzt gerade an die Anneliese von Branka denken. Die war ja Jüdin, hat in Grübenzell gelebt und auch dann für die Zeitung geschrieben, im Lokalteil. Und sie hatte zum 5- und zum 10-jährigen Bestehen der Gemeinde Grübenzell eine Ortskönig von Grübenzell geschrieben. Und sie erwähnt als Jüdin das Schicksal der Juden in Grübenzell nicht. Sie schreibt, es gibt einen Satz in dieser Chronik, es kam der Krieg und mit ihnen waren die Menschen beschäftigt zu überleben. Und dann kommt noch ein Satz über die KZler, die durch den Ort getrieben worden sind. Das war auch von der Jüdin vor Ort, der einzige Satz zum Krieg. Also die, die die Opfer waren damals, die haben auch dieses Schweigen beibehalten über die Zeit des Nationalsozialismus und des Kriegs hinaus. Es gibt ja auch zwei Bände von dem Peter Pfister über die Aufzeichnungen der geistlichen oder Stadtpfarrer 1945 nach Kriegsende. Diese Aufzeichnungen wurden lange in Freising im Domkapitel aufbewahrt und wurden von Peter Pfister veröffentlicht. Und da haben dann die Pfarrer geschrieben, wie es 1945, wie die Amerikaner kamen, wie die SSler oder der Volkssturm noch Brücken gesprengt hat unter anderem. Und es waren auch vereinzelt noch Schilderungen von den Todesmärschen, die durch das Land gezogen sind. Es war nicht nur der Todesmarsch, Kaufering, Fürstenfeldbruck, Gauting nach Bad Hölz runter. Es waren ja auch Todeszüge Flossenbürg im Süden. Es waren überall von den Außenlagern, Dachau, Flossenbürg und so weiter, wurden Todesmärsche angeordnet. Warum? Weshalb? Zum Schutz der Bevölkerung, zum Schutz der Wehrmacht. Die KZler sollten nicht in die Hände der Alliierten fallen. Da ist man sich sehr uneinig, warum letzten Endes diese Todesmärsche durch das Land getrieben wurden. Und in diesem Buch von Peter Pfister kann man einfach in verschiedenen Stellen nachlesen, wo Todesmärsche dann letzten Endes durch Bayern gezogen sind. Warum machen wir denn diese Änderungsarbeit? Das eint unsere unterschiedlichen Ansätze vielleicht. Wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Warum erinnert ihr an so viele Schicksale? Also ich bin durch die Gründung des Arbeitskreises Mahnmal in die ganze Geschichte reingekommen. Und der Arbeitskreis hat zu diesem 27. Januar Überlebende eingeladen, die lange, lange Jahre nach Fürstenfeldbruck gekommen sind, in Schulen gesprochen haben. Wir haben mit ihnen den Todesmarsch per Bus abgefahren mit ihren Kindern und Enkelkindern, damit die diese Landschaft sehen und diese Dörfer sehen, durch die sie gezogen sind. Und das Nächste war für mich gegen das Vergessen. Diese ganze politische Entwicklung, die wir mittlerweile in Deutschland haben, ich finde, es ist sehr wichtig, dass man dagegen hält, ob jetzt diese führenden Köpfe der AfD sind oder auch jetzt diese Querdenker und so weiter, die das alles auf ihre Fahne schreiben. Gegen das Vergessen ist für mich absolut wichtig. Wir müssen dazu einstehen, dass es diese Zeit gegeben hat, nachdem es sehr viele Überlebende nicht mehr gibt, die verstorben sind und wir sie als Zeitzeugen nicht mehr befragen können. Ja, wenn ich mir jetzt so überlege, wie ich dazu kam, dann ist das schon meine Herkunft aus dem christlichen Elternhaus. Religion hat für mich von Anfang an dazugehört, auch im Religionsunterricht dann. Und ja, das Christentum wurzelt auf dem Judentum, von daher war der Kontakt und das Interesse auch an dieser Religion für mich immer gegeben. Und ja, durch die christliche Prägung dann schon auch mitleiden, mitfühlen, eine Empathie mit den Schwächeren, mit den Unterdrückten. Man bekommt es ja dann mit im Geschichtsunterricht und so hat sich das bei mir entwickelt. Ja, würde ich, ja. Und wie ist es bei dir so? Bei mir ist es so, ich glaube, ich habe auch, weil du es gerade angesprochen hast, ich sehe da auch so einen ganz dollen Aktualitätsbezug. Und ich glaube gerade, dass so ein lokaler Ansatz da wirklich was bringt, sich selbst auch zu reflektieren. Und das habe ich auch gemerkt, mich mit diesen Schicksalen auseinanderzusetzen, macht auch was mit mir und mit meiner Haltung zur Verantwortung. Und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig wichtig, den Menschen, die verfolgt wurden, wieder einen Platz zu geben in Gedenken und auch so eine verfolgten Perspektive einzunehmen. Was wir über DNS-Zeit wissen, ist schon sehr geprägt durch eine Täterperspektive, durch auch Täterdokumente, mit denen man natürlich auch forschen muss. Darauf beziehen wir uns ja auch. Aber für mich ist besonders diese Menschlichkeit wichtig, die von dem System unterdrückt werden sollte, aber die wieder hochzuholen und deren Platz zu geben und daran zu erinnern. Und da sind wirklich wahnsinnig spannende Geschichten hier auch vor Ort passiert und auch sehr eindrucksvolle Persönlichkeiten, die ja zum Glück auch teilweise geehrt werden. Gretel Bauer zum Beispiel, die Volkshochschule hat sich nach ihrer Gründerin benannt. Es gibt den Henrik-Moor-Weg am Kloster, auch eine interessante Geschichte. Und ich finde es wichtig, sich mit diesem Erbe auch zu stellen und das auch aktiv mitzugestalten. Sei es jetzt Straßenumbenennungen, war auch lange Zeit ein Thema im Stadtrat, nicht wahr? Oder auch das Ehrenmal der Luftwaffe, wenn die Luftwaffe irgendwann aus Fürstenfeldbruck mal wegzieht, ist auch da die Frage, wie geht man mit dem Ehrenmal um? Das sind alles aktuelle Fragen auch. Also, weil du das jetzt sagst, mit diesen Biografien, das Wiederrausarbeiten, das ging mir jetzt auch so in der Ausstellungsvorbereitung. Es gibt ja auch Biografien, um 1900 kamen die ersten Juden über München nach Fürstenfeldbruck. Es war nicht so, wie in diesen schwäbischen und fränkischen jüdischen Landgemeinden, wo es ja angesiedelt waren seit dem Mittelalter, nachdem die Wittelsbacher ja die Juden das Ansiedelungsrecht, wie auch immer, abstreitig gemacht haben. Aber da merkt man, also zum Beispiel die Mutter von der Therese Giese, die Gertrude Giff, die hat die letzten Lebensmonate in Fürstenfeldbruck verbracht, weil sie da wohl ein Stück weit sicherer war als noch in München. Ich habe durch Zufall von einer anderen Familie erfahren, die in der Feldstraße gewohnt hat, ist 1928 schon wieder weggezogen aus Fürstenfeldbruck. Aber ich habe denen ihre Biografien weiterverfolgt. Die waren dann in München. Der Mann ist gestorben, aber seine Witwe war bei der Tochter dann in Regensburg und die sind dann auch in Theresienstadt gelandet. Also egal, wann ich anfange, ob in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder wirklich erst ab 32, es ändert immer im Holocaust. Und das ist so ein extremer Bruch, der da in jede dieser Familien reinspielt. Das ist wirklich frappierend, finde ich. Es war ja auch für mich sehr interessant, als ich diesen Namen Kesselring gehört habe. Denn Kesselring war ja ein hoher Wehrmachtsgeneral, der dann in den 60er Jahren tatsächlich für dieses Ehrenmal noch Geld ausgegeben hat, damit es gestaltet werden konnte oder aufgebaut werden konnte. Und wenn jetzt der Pflegehorst letztendlich, man sagt, 2026 aufgelöst wird, dann wird wohl oder übel die Stadt Fürstenfeldbruck dieses Ehrenmal übernehmen. Was wird der Stadtrat dann beschließen, was man mit diesem Ehrenmal dann vorhat oder wie man es weiter belässt oder ob man weiterhin am Volkstrauertag dort Grenze ablegen wird und so, das wird dann den nächsten, ich sage jetzt mal, den nächsten Stadtrat schon beschäftigen müssen. Ich muss noch dazu erzählen, mein Mann war an der Offizierschule beschäftigt und da gab es jedes Jahr ein Programm, Air Cadet Exchange. Das heißt also, es wurde gefragt, wollen Sie 14 Tage lang einen Flugschüler oder einen Offizierschüler aufnehmen und mit denen 14 Tage verbringen und mit dem die Landschaft zeigen und so. Und wir haben uns immer bemüht, Israelis zu bekommen. Und ich muss dazu sagen, wir haben ganz unterschiedliche junge Männer aus Israel da gehabt. Wir haben einen jungen Mann da gehabt, der sehr lange mit uns in Kontakt geblieben ist, dessen Eltern aus USA nach Israel wieder eingewandert waren. Wir haben einen jungen Mann da gehabt, der war sehr orthodox, der also sozusagen seine Familiengeschichte bis Abraham zurückverfolgt hatte, der auch sehr erstaunt war und immer geschaut hat, was ich ihm auf den Tisch gestellt habe zum Essen, der sehr kritisch war. Wir haben mit denen Ausflüge gemacht, meine Töchter haben die nach München mitgenommen. Und mein Mann hatte auch Kontakt zur israelischen Luftwaffe und es kamen auch Lehrer von dort nach Fürstenfeldbruck. Und ich muss dazu sagen, ich war ganz erstaunt, einer davon hatte wunderbar deutsch, österreichisch gesprochen. Und herzlichst für alle, die bei uns waren, muss ich dazu sagen, wir waren alle befreundet und es waren alles ganz wunderbare Menschen. Das sind so unsere Verbindungen. Und meine Tochter, die hier an der Vosbos unterrichtet hat, jedes Jahr, soweit es jetzt noch möglich war, vor der Corona-Zeit, mit Israel einen Schüleraustausch immer gemacht. Und wir haben dann natürlich auch, weil wir Platz hatten, verschiedene Leute bei uns zum Übernachten gehabt, unter anderem auch eine Lehrerin, die bei uns gewohnt hat. Also wir haben jetzt, gerade in den letzten Jahren, immer sehr viel Kontakt mit Israel auch gehabt. Und ja, so wichtig politische Bildung, dann auf der einen Seite ist, ist auch Begegnung wahnsinnig wichtig, um Barrieren abzubauen. Ja, genau. Ja, glaube ich auch. Und deshalb ist auch wichtig, dieser Schüleraustausch, gerade mit Israel, nicht nur immer mit Amerika oder Frankreich. Klar, ist alles schön, aber man muss auch mit Israel die Verbindungen aufrechterhalten, trotz dieser Corona-Zeiten jetzt. Was ich auch mal gerade noch sagen wollte, das zu deinem Audio-Guide nochmal, das fand ich sehr schön, dass du eben auch so Leerstellen offen lässt, wie jetzt gerade bei dem Luftwaffenmeeren mal, dass nicht alles besetzt ist, sondern dass genug Freiraum bleibt, um sich weiter Gedanken zu machen und um das weiter zu entwickeln. Das finde ich immer wichtig, dass man nicht alles so fertig vorgekaut bekommt, sondern dass es dann noch Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Also großes Lob an dich. Dankeschön, das freut mich. Das freut mich sehr. Aber ich wollte natürlich auch keine Antworten geben, in dem ich glaube, es geht auch darum, Fragen zu stellen und eben diese Selbstreflexion anzuleiern. Als du damals auf mich zugekommen bist, um Mitarbeiter oder Beteiligte für deine Umfrage zu gewinnen, habe ich mich sofort hingesetzt und habe angefangen mit Schülern des Grafrasso-Gymnasiums. Ich habe mit Lehrerinnen telefoniert, die ich weitergeleitet habe. Am Main-Freundes-Kreis habe ich alle deine Daten weitergeleitet. Und so ist der wirklich im ganzen, ich sage jetzt mal ganz Fürstenverbruck zumindest, sind deine Befragungen rundgegangen und du hast wirklich von allen Altersschichten und Männlein, Weiblein deine Rückmeldungen bekommen. Dank dir. Dankeschön. Ja, ich habe eine kleine Umfrage im Vorfeld gemacht, zum Wissensstand. Also natürlich waren es schon engagierte Leute vor Ort, die da vor allem dann befragt wurden. Aber was da dann so Themen sind, die die Leute auch interessiert, weil ich es auch schon schwierig fand, alleine so einen Audio-Voc zu machen, ohne noch ein Team, mit dem ich mich abgesprochen habe. Und da fand ich das wirklich toll, wie viele Leute da auch mitgemacht haben und was es da alles an Ideen gab und Themenvorschläge. Das war echt super. Wie bist du auf das Format überhaupt gekommen? Auf das Format Audio-Voc? Ich nutze es tatsächlich selber sehr gerne und habe da schon viele gemacht. Und ich finde es einfach eine super Art, auch mit der Gegend in Kontakt zu kommen. Und gerade wenn es auch um Gebäude geht und auch hier in Fürstenfeldbruck wurden unter den Nazis bestimmte Gebäude gebaut, die auch wirklich zu sehen. Ich finde, man hat da einen anderen Zugang. Es ist irgendwie aktiver, wenn man rumläuft, das wirklich von unterschiedlichen Winkeln auch betrachten kann. Und so ein Audio-Voc ist für mich auch ein kleines Stück weit so eine künstlerische Auseinandersetzung. Es ist kein Audio-Guide, der ein Exponat bespricht und da ganz viele Zusatzinfos gibt. Klar arbeite ich in einem Audio-Voc auch mit Infos, aber ich habe mich auch dafür entschieden, Musik zum Beispiel einzuspielen. Der geht ja jetzt doch auch so anderthalb Stunden am Stück, wenn man ihn sich anhört. Ist doch länger geworden. Und da fand ich es aber dann auch wichtig, so Abschnitte mal mit einem kleinen Musikstück zu kennzeichnen, dass ein neuer Part kommt. Und auch deswegen Audio-Voc, das ist kein Audio-Guide. Als Sprecherin des Arbeitskreises Malmal möchte ich natürlich unsere weiteren Aktivitäten erwähnen. Und zwar, wir werden Ende Juni, 14 Tage im Juli hinaus, die Ausstellung Stolen Memory von dem zeitgeschichtlichen Archiv in Bad Arolsen nach Fürstenverkohlen. In diesem Zeitraum ist auch die Nacht der Kulturen. Und da werden wir am Niederbrunner Platz, wo diese Ausstellung, dieser Ausstellungscontainer stehen wird, werden wir auch eventuell Vorträge aufführen. Ich mache einen Vortrag über jüdische Frauen. Zum Beispiel, die Elisa macht einen Vortrag. Und wir werden natürlich aufgrund des Audio-Walks von Mareike eventuell auch verschiedene Stationen präsentieren, die sich die Leute dann direkt in dieser Nacht mit anschauen können. Außerdem möchte ich dazu sagen, dass der Arbeitskreis Malmal sich sehr, sehr reduziert hat. Leider muss ich dazu sagen. Und wir werden uns jetzt unter das Dach oder die Fittiche des Historischen Vereins begeben. Haben wir schon gemacht. Und da erhoffen wir uns natürlich neue Anregungen und auch Mitarbeiter, die unsere ganzen Aktivitäten dann mit uns tragen werden. . Untertitelung. BR 2018